Ich sage jetzt mal was zu Corona. Ich nehme ein Beispiel an Magnus Hecht, der dankenswerterweise inzwischen als Dresdner Stadtrat für die Linke ab und zu mal ein Video macht zu Themen, die ihn gerade beschäftigen. Und das möchte ich auch tun. Ich bin jetzt seit ungefähr acht Wochen zu Hause. Erst war ich krank, momentan habe ich Urlaub und ich habe mich sehr strikt an die Isolation gehalten, habe mit so gut wie keinem Menschen persönlichen Kontakt gehabt, am häufigsten wahrscheinlich noch mit den Supermarktkassiererinnen bei mir um die Ecke. Das heißt, ich halte mich an die Regeln und ich werde mich auch weiter an die Regeln halten. Punkt eins. Punkt zwei. Ich bin sehr, 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 sehr unzufrieden mit der Arbeit unserer Bundesregierung. Allen voran Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er hat dem Parlament ziemlich sicher ein Gesetz vorgelegt, was verfassungswidrig ist. Und ich hoffe darauf, dass es in der Form mit den Ausgangssperren und mit dem Durchgriff auf die Bundesländer, dass es damit ganz schnell ein Ende hat. Er hat es versäumt, trotz der eindringlichen Warnungen und einer Studie aus dem Jahr 2012 mit einem Horrorszenario, hat er es versäumt und auch seine Vorgänger, ausreichend Schutzkleidung, Schutzmasken, Pandemiepläne, Notfallpläne, whatever, auf Bundesebene durchzusetzen. Da können sich wahrscheinlich auch viele Ministerpräsidenten den Hut aufsetzen. Punkt ist, Jens Spahn hat lange verharmlost. Man könne Grenzen nicht sichern. Jetzt wäre schon ein Infizierter drin. Jetzt müsse man sie nicht mehr schützen. Dann haben es die Nachbarländer gemacht, die Grenzen dicht. Und irgendwann hat Deutschland dann, obwohl 2015 laut Merkel das nicht möglich war, die Grenzen zu sichern, hat Merkel die Grenzen doch sichern lassen. Herzlichen Glückwunsch. Peter Altmaier hat gesagt, unser Wirtschaftsminister, kein Arbeitsplatz wird es verloren gehen. Auch er, komplette Fehleinschätzung. Jetzt bin ich nicht der Meinung, dass eine Regierung wegen so einem Schissi zurücktreten muss, sondern sie muss sich zusammensetzen, einen guten Plan machen und ihre Strategie anpassen. Strategie anpassen heißt, schnellstmöglich rausfinden, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind. Und zwar nicht, indem man alle testet, sondern indem man repräsentativ testet. Das hat sich in anderen Ländern und in der Vergangenheit schon bewährt. Das steht auch in vielen Plänen drin. Es gibt eine extra Zielgruppe oder ausgewählte Gruppe, die repräsentativ sein soll. Das trifft da nicht 100%, aber es trifft sehr nah dran. Man muss also wissen, wer infiziert ist und man muss wissen, wer gefährdet ist. Das sind in allererster Linie alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Atemwegserkrankungen und so weiter. Man schätzt im Moment 5%, es können auch 10 sein, weiß ich nicht. Ich bin kein Virologe, kein Epidemiologe und ich bin auch kein Politiker und ich erleiste mir einfach eine eigene Meinung. Und die habe ich mir in 8 Wochen Quarantäne angeeignet. Ich habe sie mir angeeignet durch Lesen und durch Gucken und durch Hören und vor allem durch das Hören von verschiedenen Stimmen. Und das hat mich zu einer Meinung geführt und das ist, soviel ich weiß, in Deutschland im Jahr 2020 noch erlaubt. Steht auch in Artikel 5 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Bild und Schrift zu äußern und sich aus öffentlich zugänglichen Quellen zu informieren. So ungefähr steht es in Artikel 5 und darauf bestehe ich. Ich bin kein Politiker, ich habe es nicht zu entscheiden, aber ich darf darauf hinwirken, dass diese Maßnahmen der Ausgangssperren und Kontaktverbote langsam aufgehoben werden. Zu Dresden momentan und ich rede vom 5. April, neuere, ich glaube die Daten sind vom 3. April. Es gab mit Datum 3. April 2020 in Dresden vier Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ob die Toten obduziert wurden, ob die Todesursache wirklich Covid-19 war, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es irgendjemand weiß. Jedenfalls werden sie dem Coronavirus zugeschrieben. Vier Tote seit Ausbruch von Covid-19, ich sage mal acht Wochen seit Anfang Februar. Vier Tote in acht Wochen. Wie viele Menschen sterben in Dresden im Schnitt am Tag? Es sind 15. 15 in der Regel alte Menschen sterben jeden Tag in Dresden. Das ist die Realität, das ist die Normalität. Und zu Grippezeiten sterben noch mehr. Und wisst ihr, wie die Grippezahlen errechnet werden? Die werden nämlich nicht erhoben, sondern man unterscheidet zwischen den durchschnittlichen Toten im Sommer und im Winter. Die Grippe gibt es nur im Winter. Und deswegen sagt man, alle, die im Winter mehr sterben, die sind an der Grippe gestorben. Und so kam man im Jahr 2017, 2018 auf Grippetote von bis zu 25.000. Rein rechnerisch nicht nachgewiesen. Keine Obduzion, kein Abstrich, nichts. Liebe Leute, ihr lasst euch wahnsinnig machen. Vier Tote in acht Wochen. Bei 15 Toten jeden Tag ist jedenfalls kein Anlass, in Panik zu geraten. Ja, ich weiß. Wenn zu viele Menschen beatmet werden müssen, auf die Intensivstation müssen, dann ist unser Gesundheitssystem gefährdet. Das erkenne ich voll und ganz an. Da gibt es gar nichts dran zu wackeln. Und deswegen bin ich auch in Isolation. Und zwar nicht, weil ich um mich selbst Angst habe, sondern weil ich dafür sorgen will, dass unser Gesundheitssystem und damit unsere Gesellschaft, also ich will, dass sie nicht zusammenbrechen. Und unsere Demokratie, um die mache ich mir gerade am meisten Sorgen. Parlamente beschließen ein wahrscheinlich verfassungswidriges Gesetz. Es gibt ein noch nicht veröffentlichtes Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, was in den Medien bereits kolportiert wird, aber ich konnte es noch nicht lesen. Ich bin noch kein Jurist. So, die Infektionsschutzgesetze der Länder reichen wahrscheinlich auch nicht aus, um so weitgehende Eingriffe in all unsere Grundrechte zu verfügen. Es muss Leute geben, die dagegen klagen. Dann gibt es Gerichte, die entscheiden darüber. Und dann werden wir sehen, was passiert. Für mich ist wichtig, dass die Parlamente ordentlich arbeiten können für unsere Demokratie. und dass wir wieder in den Normalbetrieb zurückkommen. Und im Moment nehme ich wahr, dass alle Menschen in meinem Umfeld riesengroße Angst haben, vor allem Möglichen, dass sie alle in die gleiche Richtung rennen und dass, wenn ich eine abweichende Meinung kundtue, ich als Verschwörungstheoretiker, als Verharmloser, Nee, ich bin kein Politiker, ich habe es nicht zu entscheiden. Ich halte mich an die Regeln und das empfehle ich auch jedem anderen. Aber eine andere Meinung zu äußern und dafür einfach nur irgendwie aus dem Diskurs geschmissen zu werden, wie das vielen Menschen schon passiert ist, das schadet unserer Demokratie. Bildet euch eure eigene Meinung. Lasst euch nicht bequatschen und lasst euch nicht in Panik versetzen. Acht Minuten, das muss reichen. Kommt bestimmt noch ein Video. Macht's gut.